Musik Team Deathmatch Teheran Schnellstraße Hm Wann geht's denn endlich hier mal los? Na endlich Hat ja ewig gedauert So, okay Auch dat noch So, toll Hat ja ewig gedauert bis ich im Spiel war Und dann haben wir schon Kills gemacht Und ich starte jetzt erstmal Okay Nochmal dieselbe Stelle Wir sind einfach und schlagbar, Jungs Hast du dir so gedacht? Hast du dir so gedacht? Okay, dann hatte ich mir so gedacht Okay, okay, okay So Gehen wir mal hier rum Da ist nichts zu sehen Wir fangen ein bisschen Mission ab Handgranate Boah, hab ich den getroffen Ich hab den geschafft Nein, ich wollte eigentlich noch ausweichen 10% hat der noch über Verdammt Verdammt Und der heilt sich jetzt Das ist der Vorteil Wenn man ein Medic ist So Kommt er denn? Shit Shit, das war nix So Wir müssen Angreifen Und wie er es getan hat So Okay Die erste Claymore Ist vom Gegner gelegt worden Ihr habt es gesehen Jetzt lege ich auch Claymores Ich wollte es nicht tun Aber So werde ich es natürlich schon tun War der Gegner So werde ich es natürlich schon tun Wenn wir das nutzen Dann werde ich das natürlich auch tun Okay Niemand zu sehen Auch durch Oh ne Den hätte ich haben müssen Ganz schlecht von mir gemacht Wirklich ganz schlecht Naja Ich bin ja nur ein Noob Was ist denn da? Der wartet auch nur ab Oh Ei, ei, ei Das war knapp Das war knapp Hab ich dich Okay 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 Ich werde wieder Medizin Er krabbelt da nur entlang So kann das ja nix werden Oh, der ist aber schnell gestorben Mein Glück, würde ich sagen Okay Steht doch endlich Mach doch nicht Geh weg Scheiße, keine Handgranaten Keine Handgranaten So ein Scheiß Das ist auch mein Team Oh, der hat er gesehen Da hat er geblitzt Hab ich sie nicht erwischt Sieht nicht so aus Sieht nicht so aus Krabbel doch da nicht so rum Du musst ausstehen Kämpfen party Oh, der hat er Angst hat Oder ge washing Ui, 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 ui Nur noch 53% Nur noch 53% Legen wir mal hier Auch noch ne Klamour hin Oh, ja. Ich habe es gemerkt, ich habe es gemerkt. Schließlich bräuchte ich einen Medic. Wenn ich einen Medic habe, jetzt... Oh, da ist Medizin. Blende mich nicht. Ah, da war... Ich bin immer drin, ein Granat ist aber... Scheiße, weggesackt. Jeieieiei. Jetzt wurde ich gekillt. Naja. Was soll's? Ach nee, komm, Team Desmatch. Angreifen, nicht hier rumgammeln. So, bereue ich das? So, mal schauen. Bis hierhin schon mal kein Problem. Hatte ich da meine Claymodi nicht da noch? Jawohl. Bin deswegen nicht so einfach in den Rücken gefallen. Ah, nee, das... Das ist nichts Besonderes. Oh. Boah. Der hat uns... Der hat mich nicht erwischt, obwohl der eigentlich einen Vorteil hatte. Ja. Was hat sie dir so gedacht? Scheiße, ich brauche... Ich brauche einen Medic. Medizin. Da liegt sie. Erstmal auftanken. Erstmal auftanken, Jungs. Springe ich da runter? Nee, doch nicht. Moment. Erst den. Shit, der ist schon gekillt. Und, kriege ich den? Nein, Munition ist alle. Boah. Toll. Guck, und der kommt von da hinten. Vorne eine Claymo liegen und dann da hinten rumgammeln. Aber egal. Davon lassen wir uns den Spaß nicht nehmen. Nein, nein. Davon nicht. Stattdessen greifen wir weiter an. Ja, Angriff. Da gammeln sie alle rum. Was soll das? So geht das nicht. So geht das nicht. Ich sag's euch. Vielleicht könnte ich hier auch meine Claymo anbringen. Ah, da ist einer in meine Claymo gelaufen. Der arme Junge, der ist gerade gespawnt. Ist eigentlich scheiße, aber was soll ich denn machen? Ah. Nee, was meint ich? Uh. Da hätt ich mich auch fast errischt. Aber Gott sei Dank hat ja... ...was jemand Medizin gelassen. Oh, wann haben wir denn da... Oh, na, irgendwie erschrocken. Eine Medaille. Schön, schön. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich muss mal eine... ...dinkst hier rüber, eine... ...ja... So weit, so gut. So weit, so gut. Oh, ich brauche Polizisten. Beziehungsweise ich muss nachladen. Oh, da war... Da kommt einer. Ach, der kommt nicht. Der bleibt da hinten. Oh, nein. Ich wollte eigentlich eine Claymore legen. Der kam genau zum falschen Zeitpunkt. Aber wirklich ganz genau. Oh, ich bin der Erster. Wie kann das denn? Ausgerechnet ich nu. So, egal. Egal, Leute. Vorwärts. Hier sind übrigens... ...wenn ich das richtig jetzt gesehen hatte... ...keine Sniper. Nicht, dass ihr euch wundert. Auf dem Server. Mal schauen, wie geht's hier weiter. Brauchst du Munition, Jung? So, legen wir hier mal eine Claymore. Ach, nö. Wings habe ich aber den einen mitgenommen. Hatte ich mir natürlich anders vorgestellt. Aber... ...sollte wohl nicht sein. So. Dann laufen wir mal wieder von ganz hinten los. Das nervt mich ja immer ein bisschen. Aber jetzt ist Wings nicht mehr ganz so schlimm wie... ...am Anfang mit dem Spawn-Kind. Der Gammeltier rum. Okay. Ich springe hier entlang. Okay, da kommt jetzt einer. Ja, ich hab ein großes Magazin. Oh, oh. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Oh. Da war auch was. Hier, Munition für euch Jungs. Okay, hier stehen sie nur rum. Oh, Handgranate. Oh. Oh. Okay. Dann versuchen wir es mal anders. Ah, verdammt. Ich muss nachladen. Shit. So, nachgeladen. Ist er nicht mehr da. Wahrscheinlich. Nehmen wir hier rum. Okay, da ist gerade einer runtergesprungen. Und. Den haben wir auch. Mal gucken. Mal gucken. Ja, den hab ich auch. Oh. Zeitschirme. Reingesprayt. Nein. Ja, den hab ich. Ja, den hab ich auch. Ich glaube nicht. Ah. 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 Nicht schlecht. Das war nicht übel. So, okay. Da sind wir wieder. Live und in Farbe. Oh. Deckung ist weg. Ah, verdammt. Ja, okay. Da hätte ich erst da hochgucken sollen. Na ja. Okay. Wo bin ich jetzt? Ah, wieder da. Gut. Das ist mal eine Handgranate. Ah, ich bin hier wieder irgendwo fest. gut. Gut, dass ich ein großes Magazin hab. Gut, dass ich ein großes Magazin hab. Scheiße, keine Handgranate. Gehen wir hier lang. Okay. Ah. Naja, egal. Aber er kommt davon. Man muss sich halt immer umgucken. Nicht einfach loslaufen. Aber den Fehler mach ich leider immer wieder. Oh, hier sind Sniper anscheinend doch erlaubt. Ich meine, ich hätte hier irgendwie gelesen, keine Sniper, aber da war ich mir ja eh nicht ganz sicher. So. Hier war noch Erster. Tatsächlich, unglaublich. So. Oh Gott, dass ich bis hierhin rennen kann. Ja, genau. Wo kam das denn jetzt her? Oh. So. Oh nö, nicht schon wieder von hinten loslaufen. Verdammt. So, so, so. Hier hinlang. Ich habe das Gefühl, die Gegner wären stärker. Okay. 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 Die haben wir. Und schnell die Deckung suchen. Noch 52%. Da sehe ich nix. Und jetzt mal ein bisschen Medizin, glaube ich. Oh, ich habe den sogar erwischt. Oh, hier liegt auch Medizin, das ist gut. Punkte für unser Teammate. Oh. Ah, ich bin wieder fest. Ei, 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 ei. Ui, ei, ei. Acht Prozent. Gut, dass ich da geguckt habe. Ich wollte eine Claymore ablegen und dann sowas. Das musste ja so kommen. So, wie sieht's denn da aus? Ei, ne Güte. Ne, wie kann dat denn? Ich verstehe dat nicht. Bin gar nicht so gut. Aber man ist halt immer nur so gut wie seine Gegner. So. Jetzt aber. So, so. Wir gehen hier rum. In der Hoffnung, da oben ist keiner. Da muss man auch immer hochgucken. Da könnte nämlich auch immer ein Gegner lauern. Scheiße, warum habe ich den nicht getroffen? Warum bin ich so unfähig? Da ist nichts zu sehen. Okay. Wir fahren einfach mal hier hin. Und gehen dann hier rüber. Nein, der hat mich noch vorher gekriegt. Schade, schade, schade. Okay. Nochmal. Gott sei Dank, ich wohne ganz, ganz hinten. Ich habe meine Claymore noch da rum. Geht denn da hinten ab? Ja, die liegt da noch rum. Okay. Hat 77% für den kleinen Sprung. Wo die eben Medizin auftanken. So, jetzt bin ich wieder gesund. So, mal schade. Oh. Ei, 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 ei. Medizin darf man nicht vergessen. Immer schön verteilen. Das war knapp. Das ist keiner zu sehen. Lieber. Ah, das war knapp. Ah, nee, ne. Hat die Handgranate mich erwischt. Verdammt. So, das scheint aber eine recht lange Runde zu sein. Ja, jetzt muss ich wieder von ganz hinten starten. So, rennen, 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 rennen. Weg. Oh. Oh, nö, da falle ich ja direkt um. Verdammt. Aber ich bin auch selber schuld. Ich laufe direkt auf den Zoo. Das sollte man auch nicht machen. Das muss aber eigentlich doch bald mal hier Ende sein, oder? Wenn nicht, dass er mit mir keinen Spaß machen würde. Das tut's auf jeden Fall. Ups, was hab ich denn jetzt gemacht? Ach, ich bin... Bin da drauf gekommen. Das war so nicht gedacht. Verdammt. Und nur hier gucken. Oh. Na, das kommt davon. Das kommt davon. Mal kurz gucken und dann stirbt man auch direkt. Da geht's nicht hier. Äh? Achso, der ist gerade gestorben. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Aber das war wohl nichts. Gibt meine Klemur noch da? Nee. Ah, verdammt. Ich hätte so einen kleinen Sprung an... an Lebensenergie kostet. So. Okay. Ah, meine Maus spinnt wieder rum. Ich kann mich nicht drehen. Was soll das? Oh, was ist denn jetzt los? Ah, jetzt geht's wieder. Frag mich nicht, was da los war. Ich weiß es nicht. Oh, da ist ja gar kein Deckung mehr. Jetzt spring doch da rüber. Oh, da liegt ja schon wieder einer rum. Ah. Oh, Mann. Die liegen alle nur... Was ist das denn? Die liegen ja alle nur da rum. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Tatsächlich. Da ist überhaupt gar keine Deckung mehr vorhanden. Na, da habe ich doch was gesehen. Nicht? Und wieder Tuben. Ist klar. 59%. Oh. Was war das? Nur noch 15%. Scheiße. Ich brauche Medizin. Oh, Mörser. Mörser. Super. Das finde ich ja klasse. Bei Team Death mit Schmörser. So, na gut. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Wahrscheinlich keiner zu warten im Moment. Gucken wir mal, ob wir die Gegner umrunden können oder... Nee. Ach. Mal schauen. Guck keiner runter? Im Moment nicht. Oh, ruhig ab. Versteck dich ruhig da hinten. Hab ich dich? Hab ich dich? Oh, oh. Muss nachladen. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Ah, Hilfe bei Kill. Okay. Hier haben wir ein bisschen Munition für euch, Jungs. Ach, verdammt. Ja, so ist das. Das war's. Es ist zu Ende. Wenn ich das richtig sehe, sind es fast 30 Minuten. Oh mein Gott. Und ich bin noch auf dem zweiten Platz abgerutscht. Aber ich bin trotzdem zufrieden. 51 zu 20, wenn ich das richtig gesehen habe. Das bedeutet Punkte, Punkte, Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Gameplay von mir wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.